Da kommt er wieder hoch, der Markt mit viel Schwung. Wir sehen das hier beim Dow Jones, in dem Fall vier Stunden hier im unteren linken Bild, mein Fokus aktuell drauf. Der September-Kontrakt massiv wieder gestiegen nach dem Rücksetzer und damit eigentlich zumindest mal die Anzeige, dass die Bullen wieder zurück sind. So und jetzt, jetzt erzählt er uns ja wieder über die Charts. Ich weiß, ich habe das eine oder andere die Gefühle verletzt, nämlich weil ich gesagt habe, in meiner relativ flapsigen Art, ich gebe es ganz ehrlich zu, dass es doch relativ einfach ist, das zu verstehen. Ich möchte als kleiner Warnhinweis, auch wir liegen längst nicht immer richtig, im Gegenteil. Wir machen so viel Minus immer wieder zwischendrin, es lässt sich gar nicht anders beschreiben. Trotz alledem ist diese Art und Weise, auf die Märkte zu gucken, sehr attraktiv, weil sie aus meiner Sicht zumindest mal es sehr vereinfacht möglich macht, zumindest eine Richtungsentscheidung zu treffen, zumindest eine Idee zu haben, wie gerade am Markt getickt wird. Also ich möchte damit nicht den Ausdruck bringen, wenn ich sage, so einfach ist das Prinzip schon, dass es auch so super einfach ist, Geld zu verdienen. Das ist immer auch nochmal eine psychologische Komponente. Es ist natürlich auch eine Frage der Kosten beispielsweise. Nicht jedes Handelsprodukt ist gleichermaßen für jede Umsetzung sinnvoll anwendbar. Ich weiß das absolut und ich respektiere das natürlich auch, dass manch einer das struggelt und ich schließe mich da in manchen Situationen auch nicht von aus. Trotzdem gibt es allerdings eine Geschichte, die wir aus dem Chart eben lernen können, eine Abfolge sozusagen, was wir mitnehmen können daraus. Deshalb will ich euch davon heute ein bisschen mehr erzählen. Zwei Sachen vorweggeschickt. Es gibt aus meiner Sicht zwei Arten und Weisen, wie man, sagen wir mal, der Marktsituation Herr werden kann. Also eine Überlegung, ob es jetzt nur nach oben oder nach unten geht. Das eine ist die fundamentale Art. Das heißt, dass man Zahlen sich anguckt, dass man sich anschaut, was sind die Nachrichten aktuell, wie sieht die Situation da aus. Das macht Markus Fugmann mit so einem Witz und so einer Expertise. Das kann ich eh nicht toppen und es ist auch gar nicht meine Aufgabe, denn wenn zwei Leute das gleiche erzählen, wird es ja nicht besser. Und deshalb ist das wunderbar, dass er sich dieser Sache annimmt. Ja, sogar zweimal am Tag. Ich lege jedem nahe, diese Videos zu verfolgen. Sie sind wirklich die Zeit wert, sich das anzugucken. Mein Ansatz ist ein wirklich charttechnischer Ansatz. Das heißt, ich gucke überhaupt nicht auf die Nachrichten. Ich übertreibe jetzt mal in der puristischen Form überhaupt nicht auf die Nachrichten, sondern ich gucke einfach darauf, was der Kurs macht. Ja, aber macht das dann Sinn? Glaubt er wirklich, dass er da am Kurs das ablesen kann? Im Prinzip sind diese beiden Gruppen oder diese beiden Abteilungen wie folgt eigentlich aufzuteilen. Das eine, das sind die Produktbezogenen. Die kennen wirklich die Details. Jedes technische Detail eines Produktes, wissen genau aus welchem Leder das, mit wie vielen Händen genäht wurde und wie viele Stichen und welche technischen Details, mit welchen Transistoren, Traformationen, ach, was weiß ich, was alles. Ihr wisst schon, ich habe keinen Plan. Aber da ist jedes Detail. Das ist fundamentale Analyse. Ist super. Gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ist eine Art und Weise, wie man sich dem Markt nähern kann. Die Chart-Technik ist quasi die kundenbezogene. Es geht also gar nicht so sehr um das Produkt, sondern es geht darum, die Marktteilnehmer einschätzen zu können, wie ticken die denn jetzt gerade. Meine Einladung an euch, guckt euch ja gegebenenfalls beides an, dass ihr sagt, ja, ich verstehe das Produkt, ich will unbedingt wissen, warum die FED jetzt wie, was und wo gesagt hat. Da spreche ich überhaupt nicht dagegen, nur weil ich es nicht mache oder nur zu einem gewissen Grad mache. Heißt das ja nicht, dass das doof ist. Die andere Seite ist allerdings die, dass man eben einfach guckt, wie sind die Kunden drauf. Quasi ist das ein bisschen wie Kunden, die das gekauft haben, gefällt auch. Sowas in dieser Richtung. Also das heißt, man schaut, wie verhalten sich Kunden in einer gewissen Situation. Und dafür gibt es durchaus auch Erhebungen. Also das ist nicht alles nur aus der Luft gegriffen. Wir haben dazu eine Menge Datenmaterial, die wir in Zusammenarbeit damals in Kooperation mit einem großen Händlerteam aus unterschiedlichen Teilen der Welt eben gemacht haben, wo wir eben festgestellt haben, dass das, was dieses typische Verlaufsmuster sozusagen ist, dass das durchaus eine gewisse Relevanz hat und dass auch eine gewisse Statistik dahinter ist. Ich will jetzt hier in diesem Video die Zahlen jetzt nicht im Einzelnen, das können wir vielleicht, wenn es euch interessiert, in einem anderen Beitrag mal machen. Ich habe dazu ja auch schon immer wieder mal Beiträge gemacht, wie man diese Dinger hier lesen kann, beispielsweise. Es geht auch nicht darum, dass das jetzt hier die Bibel, das Zahlenmaterial schlechthin ist. Aber es ist zumindest mal eine Orientierungshilfe, dass man sagen kann, na gut, wenn einer Seife kauft, dann kauft er am Ende auch Duschgel und vielleicht sogar Zahnpasta. Nur als Beispiel, wenn er eine Windel kauft, dann kauft er möglicherweise auch nochmal Babypuder und Babyöl oder irgendwelche Fläschchen. Das ist einfach ein relativ nachvollziehbarer Zusammenhang. Es geht dabei nicht darum, ja, aber sind die denn jetzt aus welchem Material, das ist nicht das Thema, sondern es geht darum, für was interessieren sich die Marktteilnehmer? Ist dieses typisches Verhalten, ist dieses statistisch nachvollziehbar oder ist es das eben nicht? Und das führt mich jetzt genau wieder auf genau diese Verlaufsmuster. Und ihr seht das hier, dass wir immer wieder steile Elemente haben, die unterbrochen werden von eben wackeligen Elementen. Und das ist kein Hokuspokus, das ist keine Zukunftsvision, sondern das ist eben ganz normales, typisches Verhalten, an das sich Menschen orientieren. Und das ist der Grund, warum es eben häufig genug auch nicht klappt, weil eine Orientierung natürlich keine Garantie ist. Wir sind ja Gott sei Dank keine Roboter, die sich immer gleich verhalten, sondern wir sind Menschen, die sich in ähnlichen Situationen, ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich verhalten. Und das eben abgeleitet führt mich dazu eben zu sagen, okay, wenn Menschen eben klassischerweise in so einer Situation einen solchen Schub hier hinlegen und wenn dann die nächste Bewegung eben etwas Wackeliges ist, dieses ABC sozusagen, ein typisches Korrektivmuster, ich sage da flapsig, wackelig dazu, dann ist das ein klares Zeichen, das ist die starke Seite, das ist die schwache Seite. Vorrangig sollte ich mich auf der starken Seite orientieren. Wichtig wäre noch dazu zu wissen, wann ist denn die wackelige Seite zu Ende? Da gibt es dann verschiedene Hilfsmittel. Beispiel, ich bin da ja relativ einfach gestrickt und gucke auf Zwischenhochs beispielsweise. Andere sagen sich, na, dann nehme ich einen Indikator zum Beispiel, der mir sagt, die langsame Seite ist jetzt zu Ende, das können Trendfolger sein, das können Oszillatoren sein. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ich bin da der Purist. Ich sage, ich gucke das immer am einfachen Chart, weil ich das glaube, am schönsten erkennen zu können. Und das zeige ich euch immer dann ganz gerne. Hier haben wir ein Positivbeispiel. Auch das ist für mich wichtig. Wenn ich euch Positivbeispiele zeige, ist das nicht, um euch zu sagen, seht ihr, ich habe immer recht, sondern ist das, damit sich dieses Bild bei euch eben einbrennt. Und das ist jetzt hier etwas, was wir im Minutenschart gestern hatten. Ist also schon eine Weile her, im Minutenschart hier beim Nasdaq. Ihr seht die sehr steile Aufwärtsbewegung und wir sehen etwas, was A, B, C nach unten geht. Es ist nun mal eine A, B, C, dreiwellig, was ich immer sage. Entweder wackelig oder eben klassisch dreiwellig. Und das spielt gar keine Rolle, ob ihr das hier im großen Chart hier habt, im Tagesschart, wo wir eine recht steile Aufwärtsbewegung und eine A, B, C nach unten haben. Oder ob das hier im Minutenschart ist, zack und eine A, B, C hier. Und dann gehen wir, das machen wir ja auch immer wieder, dass wir diese Art des Tradings euch vorstellen hier. Dann gehen wir auf diesen Zwischenhochs hier entsprechend rein mit der Zielerwartung, dass der Kurs zumindest mal die 100er Marke erreicht. Das ist zumindest was sehr Typisches und der Stop eigentlich hier unten drunter, wobei wir nochmal auf die 78er. Das hat wieder was mit unseren Statistiken zu tun, weil das kaum einen Nachteil hier bietet, aber eben eine deutliche Verbesserung der Chance-Risiko-Relation. Das mal an all diejenigen, die jetzt das immer kritisch sehen und ich mag das sehr gerne eigentlich, dass man sich kritisch mit der Situation auseinandersetzt. Also ich sehe das gar nicht als negativ an, dass man hier jeden Mist alles glaubt und sagt, ja, hier, das ist alles super. Sondern ich finde es super, wenn man sich kritisch mit der Situation auseinandersetzt. Mir ist aber auch wichtig, dass ihr nachvollziehen könnt, warum wir etwas tun und ob das dann für euch die richtige Variante ist. Das entscheidet ihr dann natürlich oder habt ihr vielleicht auch schon entschieden, wenn ihr feststellt, was mag ich lieber? Wo habe ich das bessere Auge dafür? Der eine ist eben mehr der Number Cruncher und sagt sich, da kenne ich mich aus, da habe ich ein Gefühl dafür, das verstehe ich. Und die anderen sagen eher, ich gucke eher auf das Verhalten. Also wir sind die Verhaltensforscher sozusagen, die Verhaltensorientierten hier im Chart und nicht so sehr. Ist es gerechtfertigt? Keine Ahnung, ob es gerechtfertigt ist. Ich weiche es einfach nicht, aber ich weiß halt, wie die Herde im Moment losläuft. Und dementsprechend versuche ich das ein bisschen zu visualisieren und euch eben teilhaben zu lassen. Gebt aber nicht auf, egal für welche Variante ihr euch jetzt entscheidet, ob ihr jetzt sagt, ich bin der Chart-Techniker und ich habe doch immer noch wieder Probleme. Gebt nicht auf. Und wenn ihr sagt, ich bin der Fundamentalist, aber ich hänge da auch an mancher Stelle fest. Gebt nicht auf. Nutzt hier das tolle Angebot auch von Markus Fugmann. Ich kann das wirklich nur wiederholen. Der macht das in einer wunderbaren Art und Weise. Aber folgt auch gerne hier meinen Beiträgen, wenn ihr sagt, ein bisschen spannend ist es ja dann doch immer, was der komische Kerl da erzählt. Auch wenn er immer sehr überzeugt ist von dem, was er da sagt. Also in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute. Machen wir als Schlusswort nochmal, zumindest mit dem Blick auf den Dow Jones. Da haben wir eine deutliche Anstiegsbewegung. Denkt dran, wenn es jetzt hier wackelig nach unten geht. Jetzt können wir doch sagen, es geht zumindest wackelig hier runter. Können wir also long gehen, wenn es hier hingeht? Ja, streng genommen ist das eine long Anzeichen. Da kommen jetzt schon wieder die ersten Einschränkungen. Das werde ich dann in einem späteren Video etwas genauer erklären. Am liebsten habe ich es, wenn Rücksetzer zumindest in die Nähe der 38, 20er fallen. Denn je dichter es dahin geht, eigentlich so ungefähr in dieses Gebiet hier, desto klarer ist das eine vollwertige Korrektur eines Anstiegs. Also wenn ich mir was wünschen darf, bitte, bitte mach nochmal einen tiefer so und dann gehe hoch. Und dann ist das hier für mich ein wunderbarer Einstieg. Genauso wie ich das eben erklärt habe. Also ihr seht, so einfach ist es dann tatsächlich doch nicht. Ich mache es manchmal eben sehr vereinfachend, aber auf solche Details will ich sehr gerne, insbesondere wenn ihr euch das wünscht. Deshalb macht viele Kommentare darunter unter dieses Video, will ich da gerne auch nochmal intensiver eingehen. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, meldet euch bei Born4Trading an. Da erkläre ich solche Sachen regelmäßig in kleinen Videoeinheiten, sodass ihr auf euer Smartphone, ihr könnt das kostenlos ausprobieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann habt ihr so ein bisschen einen Eindruck, ja wie geht denn das? Gib doch mal ein bisschen mehr Details, dass ich da nicht immer rumhänge. Verzeiht mir das lange Video, aber ich glaube, das musste mal gesagt werden. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.